Das ist Kokosöl und zwar sehr, sehr hochwertig in Bio-Qualität. Das ist jetzt ein Produkt, das nicht von meinen Produktenlinien herkommt. Das wäre auch ein bisschen teuer, das selber anzuschaffen. Der Vorteil von Kokosöl ist, es ist kaltpresst, es ist vegan, es ist glutenfrei natürlich und es wird direkt aus der frischen Kokosnuss heraus gepresst. Das ist das Öl. Es gibt noch das Fett, das beziehungsweise aus den trockneten Kokosflocken gepresst wird. Aber das ist das Öl und das ist sehr, sehr hochwertig. Ich nutze das schon seit über 10 Jahren zum Kochen. Ich nehme es auch teilweise zum Bachen, je nachdem. Es hat eine leichte Kokosnote. Das heißt, wenn man es direkt isst und im Mund auflöst, dann merkt man es. In den Spiessen merkt man es aber nicht. Da kann man dann mit verschiedenen anderen Gewürzen ausgleichen. Wenn man zum Beispiel Magenbrennen hat, dann kann man einen Kaffeelöffel von Kokosöl nehmen, ein bisschen Gaumen oben hinzuschlucken. Das beruhigt die Magensäfte ein bisschen. Das nur eine Wirkung dazu. Es kann sehr hoch erhitzt werden. Das heisst, man kann es auch zum Frittieren nutzen. Allerdings ist es ein bisschen teuer, wenn man es jetzt gerade nur einmalig zum Frittieren nutzen will, weil es ja nach dem ersten Mal Frittieren eigentlich wieder vorgeworfen werden sollte. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Gastronunternehmen hat und sagt, wir haben zwei Öle, wir haben das klassische Öle, wir haben das Kokosfett bzw. Kokosöl, wo man Frittöse betreiben kann, dann kann man natürlich gut auch von denen, da gibt es übrigens auch 10 Liter dabei, da kann man auch bei mir bestellen, entsprechend die Öle auch nutzen und so dann vom Acrylamid usw. und auch vom gesunden her sehr gut arbeiten damit. dann geht es noch mal um den Öle. Und dann geht es noch. Dann geht es noch mal um den Öle. Dann geht es noch mal um den Öle. Vielen Dank.